So, gleich geht's los. Ich muss auch noch Iron Man freischalten, ne? Stimmt, die Cease geht ja auch noch. Warte mal, bis wann geht die Cease? Ich glaub bis zum... Oh, die Musik. 30.11. Stimmt, bis 30.11 gehen die. Warte mal, kann ich? Brauch mal ganz kurz. Geht das? Nee. Hier, ne? Warte. Warte mal, ein bisschen brauchen wir noch. Okay, das Ding ist geil. Okay, das Ding ist geil. Ich muss erstmal die Einstellung wieder umstellen, sonst kriegen wir... sonst platzen bis Trommelfeld, sobald wir schießen. Was hab ich das gestellt? Ich glaub auf 40, ne? Oder, ne, 30... 30? Ich glaub 30 waren das, ne? 30 müsste passen. Leute, ich seh überhaupt... Alter, ich seh überhaupt nichts. Wo bin ich gerade? Ich bin hier oben. Okay, aber lass mich mal Dirty Dogs gehen. Genau, wir gehen Dirty Dogs. Gott, ich seh überhaupt nichts. Oder Retail? Ach komm, wir gehen Dirty Dogs erstmal. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Mach mal 150 FPS. Kann ich nicht, bringt mir auch nichts. Weil ich nur ein 60 Hertz Fernseher habe. Also ich tocke hier grad einfach nur auf 60 Hertz, deswegen bringt mir das überhaupt nichts. Warte mal, ich könnte meine Facecam noch ein bisschen runter machen, ne? Damit man die Karte sieht. Und meine Kills, Digga. Ich bin ja High-Gameplay-Spieler, warte mal. Lass mich kurz rüber gehen auf den anderen Monitor. Lass mich kurz in diesen Ordner grappen. Ich glaub, hier müsste es passen, ne? Ja, passt perfekt. Nice. Ey, ist hier überhaupt nichts, ne? Äh, wenn man stirbt, wird man ein Shadow-Monster und muss die restlichen Überlebenden ausschalten, okay? Hat man nur ein Leben oder spaut man als Geist immer wieder und wieder und wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Oder ist es wie in Warzone so nach dem Motto, du stirbst einmal und bist dann weg. Und wenn du genug Menschen tötest, kommst du wieder. Wird immer auch interessieren. Oh, es gibt schon acht Geister, sehe ich gerade. Da oben stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay, perfekt. Ich war grad verwirrt, was das für ein Symbol ist. Ey, ich find's so cool, dass mein Pappkarton-Dude einfach leuchtet im Dunkeln. Juck, ich muss jetzt wieder reinkommen. Wie viel wetten wir, dass der erste Geisterkopf mich direkt umbringen wird? Wie viel wetten wir, Chat? Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass das genau so passieren wird. Junge, mein Inventar ist so grau, ne? Meine Fresse. Oh. Ich könnte mir den jetzt reinballern. Mach doch almost noch was, ne? Ich hab nicht genug Metz gehabt, perfekt. Gute Runde bis jetzt, stimmt. Ich hab noch nicht an die Kiste geöffnet, ne? Ich bin grad so davon ausgegangen, dass ich noch Metz dabei hab, ne? Oh, man, dann müssen wir erstmal, müssen wir erstmal ein bisschen was haben. Normalerweise lande ich immer bei einer Kiste, ne? Ich bin komplett beschissen gelandet. Also diese Runde läuft schon richtig beschissen. Mal gucken, vielleicht treffen wir ja noch die einen oder anderen Bot. Ich denke, die Bot sind immer noch hier drinnen. Also die Leute, die so schlecht programmiert wurden, dass die dich nicht töten können. Mal gucken, ob die immer noch hier rumrennen. Aber ich denk mal schon, dass die immer noch unterwegs sind. Zumindest waren die letzte Mal noch da, als ich es gespielt hab. Weil so angeblich ein Xiamo-Monitor mit 240 Hz, 225 rauskommen. Xiaomi, 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 weiß gar nicht genau, wie das heißt. Okay, da war ein Geist auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall weiß ist, es kommt, ähm... Es kommt... Oh Gott, Digga, ich fing grad so auf den Schlauch, ne? Gerade eben wollte ich noch was sagen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, ach genau, es kommt ein 160... Ein 100... Digga, es kommt ein 360 Hertz Monitor. Das wollte ich sagen. Das weiß ich. Fucking 360 Hertz. Bruder, das ist das 6-fache von dem, was ich grad noch drin hab. Ich höre hier so ein Ding. Hier muss immer so ein Ding sein. Da! Was für den hast du eigentlich? 100 Lehm! Ah! Warte mal, ich muss noch ein Ding hier töten, sie sich grad. Ich hab noch ne Herausforderung. Ich muss meine Herausforderung noch machen, damit ich meine ganzen Skins freischalten kann. Kommt, mir muss doch irgendwo noch... Ihr kommt doch bestimmt noch irgendwo ein Bot ran. Ah! Warte, das war mein Ding gerade. 360 Hertz ist unnötig. Ja? Aber hast du schon mal 360 Hertz gesehen? Meine Fresse sieht das geil aus. Ich meine, natürlich ist es absolut unnötig, ne? Also jetzt... We talk. Also 360 Hertz ist unnötiges Fuck, weil das Auge kann eh nur... Ich glaub 24 Bilder die Sekunde wahrnehmen. Ich glaub 24 waren das. Also es ist wirklich mega unnötig. Aber es ist mega geil, glaub mir. Also hier vorne ist auf jeden Fall ein anderer Spieler unterwegs. Worauf schießt der? Ja, der hat die Drohne runter geholt. Okay. Komm den schaff ich. Komm schon. Äh, ist ein Bot. Ist ein Bot. Ja, ist ein Bot. Also... Was zur Hölle war das grad für ein Geräusch? What the fuck war das gerade, Alter? Irgendwas ist da gerade runtergekommen. What the fuck, Junge? Ich hab so lange kein Fortnite mehr gespielt, ne? Ich erschrecke mich bei jeder Scheiße. Was ist das für Geräusch, die ich die ganze Zeit höre? Oh komm, ich bin direkt bei der nächsten Zone. Let's go. Ähm, ja genau das Ding da hinten kann ich noch mitnehmen, ne? Hier sind noch ein paar Minis. Let's go. Ah, blaue Mütze! Ich hab jetzt das Game so lange nicht mehr gespielt. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Ich hab grad irgendwie so ein Geräusch gehört. Ich muss die ganze Zeit erstmal überlegen, was das für Geräusche sind, die ich höre. Meine Fresse. Äh? War die da schon vorher? Die war bestimmt von ihm. Äh, von ihm. Hm. Die Shittos können unsicht zu heilen, Items fressen und alles an Lud klauen. Okay. Aber die heilen sich jetzt nicht irgendwie auf Zeit, oder? So nach dem Motto, hier, du rennst einfach nur rum und dann heilst du einfach gegen. Weil das wär halt echt kacke, wenn die einfach heilen können. Ich meine, bauen können die nicht. Das hab ich schon herausgefunden, weil ansonsten hätt ich easy gebaut. Ach Gott, ich bin weggerafft von Dirty Dogs, ne? Ich hätt noch einen Kill machen müssen, bevor ich meine Aufgabe fertig hab. Boah, scheiß drauf. Egal. Egal. Oh, ich kann aber hier rauf. Hä, ist das Ding runtergegangen? Kommt man normalerweise nicht immer nur durch Bauen hoch? Oh, da ist das Münze nämlich mit. Ich nehme jede scheiß XP Münze hier mit, ne? Einfach, weil ich so fucking low level bin. Ich bin grad mal Level 71. Wow. Ich glaub, letztes Season war ich irgendwie 130, glaub ich, ne? Am Ende der Season? Ja, ich glaub, 130 weiter. Ich krieg grad mal so die hundertgeschissen hier, wenn ich mich ein bisschen ran halte. Vor allem, mir fehlen noch 30 Stufen, ne, bis ich das Ding durch hab. Und dann gibt es, glaub ich, noch, ich weiß gar nicht, es gibt noch irgendwie so eine silbernen Skins. Kann das sein? Irgendwie von Iron Man und Wolverine? Da gab's, glaub ich, noch so eine silberen Variante, wenn du irgendwie Level 120 oder sowas erreicht. Was ist da eigentlich das Max Level? Bestimmt wieder irgendwie so eine Scheiß von wegen 280 oder so ein Mist. Da gab's ja auch irgendwie diese eine Season, glaub ich. Ich glaub, das war diese Shadow Season, ne? Ich weiß gar nicht, welche das war. Da gab's auch irgendwie so eine Scheiß von wegen, erreiche Level 300 irgendwas, damit du dieses Ding kriegst oder sowas. Bruder, 220, 220? Oh Gott, ja gut, werd ich nicht kriegen. Stimmt, ich muss noch Iron Man töten, ne? Oh Gott, wir fallen die ganze Zeit wieder neue Sachen ein, ne? Ja, ich muss noch dreimal Iron Man töten hier. Werd ich ja wahrscheinlich nicht hinkriegen. Weißt du, ist doch cool, wenn man den Battle Bus hier fahren könnte. Einfach einsteigen, dann mit Scheiß Battle Bus hier rumgucken. Meine Fresse, liegt hier viel Loot rum? Okay, cool. Überleben dann, noch 50 Leute am Leben, perfekt. Junge, die Farben sehen so kräftig aus, ne? Holy Shit. Also für jemanden, der die ganze Zeit immer auf Xbox gespielt hat und dann das hier, ne? Junge, diese Farben sehen so kräftig aus und so... Alter, das Spiel sieht wunderschön aus gerade, also ganz ehrlich. Das fühlt sich an wie Fortnite 2. Bruder. Besonders die Texturen. What the fuck? Junge, ich hör die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche. Okay, hier ist alles tot. Hier brauch ich glaub ich nicht mehr irgendwie gucken, ob Iron Man noch am Leben ist, ne? Hier ist alles tot. Vor allem liegt so viel Loot rum, ne? Warum hat das keiner genommen oder gefressen oder was auch immer? Liegt einfach noch alles rum. Was ist das denn? Achso, das ist einfach eine Schadenfdlp, ne? Ey, jup. Ich bleib mal der, die hat Rapid Fire. Kann ich ein bisschen schneller schießen? Ich klau mal den ganzen Loot. Oh ja. Der mit dem Scheißding. Ich mag diese Schruflinde, diese Pumpka mag ich überhaupt nicht. Boah, dieses Scheißding ja, wenn ich schnell schießen kann. So, easy, let's go. 500? Warte mal, was? 500? 500 ist doch nicht max oder wat? Als ob du bis 500 irgendwelche Sachen freischalten kannst. Was kriegst du denn auf Level 500? Irgendwie goldenen Iron Man Skin oder was? Mann, Level 500, Alter. Ja, mich würde ich mal interessieren, wie viel FPS ich hätte, wenn ich jetzt einfach mal RTX anmache. Aber ich glaube, ich würde dann auf 30 droppen, ne? Warte mal, kann ich das einfach anmachen jetzt? Hier, Einstellungen. Ich meine, es ist... Nvidia Highlights ist aus. Perfekt. Warte mal. Wo war das nochmal? Hier? Ja, hier müsste es, glaube ich, sein, ne? Warte mal. V-Sync. Hm... Reflex. Was ist das? Ne, warte mal, warte mal hier. DLSS. Qualität ausgeglichen. Äh... Multithread Rendering. Äh... Hier, genau, hier war das, ne? Wenn ich auf 12 umstelle, war, glaube ich, RTX. Oder war das das hier einfach nur? On Boost? Ich habe keine... War das hier oben? Ist hier oben irgendwie RTX drin? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache, ne? Weit, Schatten, Mittel... Texturen... Äh... Post... Äh... Ich habe keine Ahnung, scheiße, aber lass das einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich habe... Bevor ich jetzt irgendeine Scheiße einstelle und das am Ende bereue, lass ich es einfach sein. So, es sind noch 15 Leute am Leben und 20 Geister. Okay, cool. Nächstes Mal lande ich irgendwo anders, ne? Ich bin ziemlich weit am Rand der Karte gelandet. Ich habe absolut keinen Spieler gesehen, außer zwei Typen und die sind tot. Und der eine davon war auf jeden Fall ein Bot. Der zweite... Glaub ich... Werde ich mich nicht sicher. Was? Lol. Okay, das ist kein Bot. Äh... Das war... Ähm... Okay. Peace out, Bruder. The fuck, Alter. Also warte mal, spawnt er jetzt einfach hier oder kommt er jetzt woanders runter? Weil wenn er hier runter kommt, muss ich ja gleich wieder kämpfen oder was ist jetzt mit dem? Spawnt er jetzt komplett woanders? Oder... Ist er einfach nur hoch geflogen und kann jetzt nochmal hier landen? Äh... Sonst ist er ja wahrscheinlich gleich wieder direkt da, ne? Kann man seine Menschlichkeit eigentlich wieder zurück... Ja, dachte ich schon. Junge, ich hätte gar nichts. Oh... Ah ne, ich überleb das, ne? Ja, ich überleb das. Perfekt. Oh, dann landet jemand. Muss mich heilen. Na, shit. Warte mal, das zählt sogar als zwei Kill. The fuck, Alter. Das war weird. Das war richtig weird. Der hat sich einfach neben mir hingestellt. So... So guten Tag. Oh... Come on, Digga. Sind die Bots noch beschissener geworden als jemals zuvor? Die bauen... Digga, du stehst zwar... Digga, der fahrend einfach Holz vor mir. Digga, was haben die mit den Bots gemacht? Sind die jetzt komplett auf den Kopf gefallen? Warum kriegst du so viele Bot-Gegner? Ich meine, gut, das ist meine erste Runde seit Monaten. Vielleicht deswegen, aber... Oh, fuck. Digga, der hat ja... Der hat nicht mal versucht, mich zu töten. Und hier hinten ist auch noch irgendjemand gelandet oder nicht? Ich hab doch erst hier so ein Baum-Ding gesehen. Hier ist doch irgendwas gelandet oder nicht? Wir gehen mal ganz kurz da oben hin. Was ist das für eine Runde, Alter? In Authority gibt es jetzt Midas-Boss mit Shadow Drum Gun. Wie, jetzt ist Midas nicht... Ist Midas nicht tot? Oder ist er jetzt als Geist wiedergekommen? Warte mal, gibt es für Midas eigentlich eine zweite Zieloption? Ich hab da irgendwie den Trailer gesehen, da gab es auch irgendwie so ein lila leuchtenden Midas. Ist da jetzt eine zweite Zieloption oder was ist mit dem? Gammelt hier einer drinnen? Nö. Okay, ich wollte nur mal sicher. Wir haben schon mal einmal gehabt, dass da einer drinnen gegammelt hat. Und was war gerade hinter mir, glaube ich? Na, ich geh einfach mal hoch ins Gebäude. Es sind nur noch sechs Leute am Leben. What the fuck? Und ich bin einer davon, ich hab noch fünf Feinde. 25 Spieler von beiden. Ach stimmt, wenn die Geister sind, ne? Stimmt, die ist hier auch noch dazu. Wie ist das eigentlich? Muss der letzte Spieler dann die ganzen Geister umbringen? Oder wie funktioniert das? Oder ist einfach der letzte Spieler einfach gewonnen? Jun, ich hab so viele Fragen. Ne, ich versteh das jetzt einfach nicht. Ich versteh's einfach nicht. Ich versteh's einfach nicht, was hier abgeht. Ich versteh einfach Fortnite nicht mehr. So lange nicht mehr gespielt. Jetzt kommst du wieder rein, Alter. Irgendwelche Geister fliegen hier rum. Du tötest einfach Bots, die so beschissen sind, dass sie einfach zu dir hinkommen und zwei Meter vor dir Holz fahren. Bruder, was ist denn hier passiert? Sieht echt schön aus, ne? Mit diesen ganzen... Oh! Oh, da ist ein anderer Spieler. Und da ist noch ein anderer Spieler, Leute. Ist das ein Geisterauto? Okay. Okay. Ja, gut. Das ist ein anderer Spieler. Okay. Oh, oh. Oh, shit, Digga. Jetzt versteh ich, warum Ghostbuster-Skills hier drin sind. Oh, shit, Digga. Oh, shit, Digga. Oh, shit, Digga. Oh, shit, Digga. Oh, und jetzt bin ich ein Geist. Oh, okay. Fähigkeitsinfo. Ich bin unsichtbar. Jetzt nicht mehr? Ich... Ey, aber absolut. Keine Ahnung. Ich denk mal, ich muss jetzt Leute umbringen, um wieder reinzukommen ins Game, ne? Schatten deiner selbst. Äh, Legis hier raus. Ich hab irgendwas abgeschlossen. Okay, cool. Warte mal, ich muss noch an dir. Das ist so schlimm, das hab ich schon gemacht, ne? Was sind meine Fähigkeiten jetzt eigentlich? Kann ich hier irgendwie... Ach, guck mal, da hinten sehe ich jetzt ein Gegner. Wo war der jetzt gerade markiert? Da war irgendwie ganz kurz markiert gerade. Da. Oh, shit, der baut. Obwohl, das war ziemlich beschissen gebaut. Vielleicht krieg ich den. Ähm, okay. Wie jetzt? Ich komm nicht wieder zurück, nachdem ich ihn umgebracht hab? Hab ich hier irgendwas von, wie ich die jetzt fress? Die fress einfach mal seine Ska. Krieg kein anderer die. Hm. Muss ich jetzt... Müssen wir jetzt einfach uns durch den letzten Spieler umbringen? Weil einer ist noch am Leben. Ich versteh diesen Modus nicht. Füge Schaden im besessenen Fahrzeug irgendeinem Spieler zu. Okay, interessant gerade. Das heißt, ich muss am besten jetzt eigentlich irgendwas angreifen. Können wir irgendwelche anderen Herausforderungen? Oh, ich kann ja mal alles wegmachen hier. What the fuck? Ist das okay? Ich glaub, du bleibst ein Geist. Hab ja auch irgendwie gerade das Gefühl. Ich mein, ich hab hier mal einen umgebracht. Warzone spawnst du einfach neu. Sobald du zwei Kills hast. Oder zwei von diesen komischen Filionen einsammelst. Oder von diesen Glasflaschen und was auch immer. Hier passt irgendwie gar nichts. Wieso? Hm? Merkwürdig? Vor allem, wo ist der letzte Spieler? Wir sind alle hier hinten. Ich geh jetzt einfach woanders hin. Ich mein, irgendwie musst du doch... Irgendwie muss man doch jetzt gewinnen können oder nicht? Guck mal, ist er... Versteh ich jetzt nicht. Also wir haben jetzt gewonnen, weil wir die Spieler umgebracht haben. Und die Spieler können nur gewinnen, wenn sie uns alle und noch die anderen Spieler umbringen. Also... Also das feiere ich jetzt nicht so wirklich. Weil da kannst du... Wie zur Hölle willst du gewinnen? Wie zur Hölle willst du gewinnen? Ich meine, so kannst du gewinnen. Aber... Als... Als letzter Spieler, wenn irgendwie 20 Geister noch rumfliegen. Das kannst du ja komplett vergessen. Das kannst du komplett vergessen. Wie würdest du das schaffen? ...